Umdrehen. Was jetzt passiert, ist der Reserva zuzuschreiben. Ein Sondergericht hat sie wegen schwerer Staatsverbrechen gegen die Deutsche Demokratische Republik in Abwesenheit zum Tode verurteilt. Das Urteil wird sofort vollstreckt. Exekutionskommando, Waffen entsichern. Legt an! Feuer! Sie haben nicht geschossen, aber innerlich war ich wie tot. Es war eine unglaubliche, unvorstellbare Vergewaltigung. Ich kann es auch heute nicht beschreiben, aber es hat Jahre gedauert, bis ich darüber überhaupt sprechen konnte. 13. August 1961. Es ist 1.50 Uhr. Wieder einmal ein Augenblick in der deutschen Geschichte, in dem sich alles ändert. Soldaten, Polizei und Kampfgruppen haben den Befehl erhalten, die Grenzen zum Westen dicht zu machen. Vor zwei Monaten noch hatte der Staatsratsvorsitzende Walter Ulbricht verkündet. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Wolfgang Welsch ist noch Oberschüler und erlebt tagtäglich, wie die Menschen ihr Heimatland zu Tausenden verlassen. Später beweisen Dokumente, seit Gründung der DDR waren es drei Millionen. Die Mauer soll die Massenflucht stoppen, der Sozialismus gerettet werden. Erschütternde Szenen spielen sich ab, Menschen riskieren ihr Leben. Eindrücke, die den jungen Wolfgang Welsch prägen. Wir wohnten damals in Niederschönhausen. Meine Eltern fuhren mit meinem Bruder und mir hierher zur Sektorengrenze. Ich war abgeregelt. Wir konnten nicht glauben, was da geschah. Wir waren buchstäblich gefangen. Wer noch fliehen wollte, nutzte die Gelegenheit. Parteien und Regierung hatten ein Problem. Auf die bewaffneten Kräfte der Bereitschaftspolizei war nicht mehr voller Verlass. Zwischen dem 13.8. und Oktober 1961 gab es Vorkömmnisse, wo zum Teil kompanieweise der Übertritt dieser Kräfte nach Westberlin erfolgte. Aus dem Grund, um einen ungehinderten Bau der Mauer zu ermöglichen, kamen Kräfte des Ministeriums der Staatsanwaltschaft zum Einsatz. Die Mauer richtet sich gegen die eigene Bevölkerung. Mit aller Brutalität. Flucht aus der DDR wird zum Staatsverbrechen. Der erste Flüchtling stirbt sechs Tage nach Beginn des Mauerbaus. Der letzte ein Dreivierteljahr vor dem Fall. Insgesamt bezahlen 1088 Menschen ihre Fluchtversuche mit dem Leben. 72.000 DDR-Bürger kommen hinter Gitter. Doch die Mehrheit lebt seit drei Jahren mit der Mauer. Der junge Welsch wartet auf eine Gelegenheit, wie er in den Westen gelangen kann. 1964. Deutschland treffen der FDJ. Dabei sieht er, dass westdeutsche Jugendliche problemlos aus- und einreisen können. Für ihn die Chance. Ich war damals gerade mit der Schauspielschule fertig, hatte einen Vertrag, Förderungsvertrag mit dem DDR-Fernsehen, spielte am Deutschen Theater und bei der DEFA. Aber ich wollte weg, ich wollte raus. Ich besaß noch einen westdeutschen Reisepass von einem Besuch vor dem Mauerbau. Damit hoffte ich, problemlos in die Bundesrepublik ausreisen zu können. Sie wollten die DDR verlassen. Für wie dumm halten Sie uns eigentlich? Ich bin Bürger der Bundesrepublik Deutschland. Sie wohnen in Berlin-Nieder-Schönhausen und wollten Republikflucht begehen. Mit einem gefälschten Ausweis. Abführen. Wie Sie mich überhandeln, das werden Sie noch bereuen. Wie bitte? Ich will sofort einen Anwalt sprechen. Anwalt? Gibt es nicht. Wenn Sie Ihr Verbrechen gestanden haben und die Ermittlungen abgeschlossen sind, dann können Sie dem Organ Ihren Wunschlein mal vortragen. Was für ein Organ? Ich habe das Recht auf einen Anwalt. Sie? Sie haben überhaupt keine Rechte. Leute wie Sie. In drei unterschiedlichen Prozessen wird der DDR-Gegner zu insgesamt 10,5 Jahren Haft verurteilt. Er sitzt sie in Berlin, Bautzen und Brandenburg ab. Auf zusammengeklebtem Zigarettenpapier beschreibt der 25-Jährige die unmenschlichen Bedingungen in DDR-Gefängnissen. Was hast du gerade in den Mund gestellt? Hatte ich am ganzen Körper Schmerzen. In meinem Mund befand sich ein Gemisch aus Blut und Papierbrei. Wie ich später erfuhr, waren mir Rippen gebrochen, eine Nierenquetschung, Platzwunden, eine ziemlich tiefe Wunde am Bauch. Ich wurde ins Haftkrankenhaus, der Arzt, der an meine Trage kam, zog zunächst mal einen Totschläger aus seiner Tasche und erklärte, was hast du verschluckt? Wenn du uns das sagst, wirst du behandelt, wenn nicht zurück in den Zellen bauen. Ich habe nichts gesagt und man trug mich zurück. Und da muss ich sagen, erlebte ich etwas, was ich zuvor auch noch nicht in diesem Umfang erlebt hatte, nämlich die Solidarität meiner Mitgefangenen, auch Kriminellen im Übrigen, die mir Medikamente brachten, illegal besorgt, die mir auch Lebensmittel brachten, Milch und damit die Folgen dieser schweren Verletzungen einigermaßen milderten, sodass ich nach einigen Wochen schon wieder hergestellt war. Ihm gelingt es, Kassiber mithilfe seiner Mutter aus dem Gefängnis zu schmuggeln. Die Hilferufe erreichen Amnesty International. Daraufhin hat Amnesty International beschlossen, den Fall Welsch zu adoptieren, das heißt, seine bedingungslose Freilassung zu fordern. Dass seine Notizen in englischen Zeitungen gedruckt waren, ist für Wolfgang Welsch eine Art Lebensversicherung. Hey, ich muss dringend zur Toilette! Machen Sie bitte die Tür zu! Du kannst jetzt scheißen! So kann ich nicht! Du scheißt jetzt, oder? Das werde ich nicht tun! Gestank, Kälte, Einsamkeit und vor allem die Ungewissheit, wie lange bleibst du hier? Selbst die Luft war nicht garantiert. Die Türen waren von einer Gummilippe umschlossen, ein Fenster gab es nicht. Vergittertes Licht, brannte Tag und Nacht sozusagen und mir war jedes Zeitgefühl genommen. 1970. Die DDR hat ihren 20. Geburtstag gefeiert. Die Mauer steht seit knapp zehn Jahren, seit fast sieben sitzt Wolfgang Welsch hinter Gittern. Brand und Stof treffen sich in Erfurt. Die Menschen hoffen auf Reiseerleichterungen, überhaupt darauf, dass es ihnen besser geht. Was keiner erfährt, der Bundeskanzler überreicht dem DDR-Ministerpräsidenten eine Liste, darauf drei Namen von Gefangenen. Mit dabei, Wolfgang Welsch. Die BRD bittet um Freilassung. Ein Jahr später ist es soweit. Herr Welsch, wohin möchten Sie denn entlassen werden? In die Bundesrepublik Deutschland. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass Sie in der BRD nichts über Ihren Aufenthalt in den Strafverzugseinrichtungen der DDR publik machen dürfen. Genau das werde ich tun. Wenn Sie gegen uns arbeiten, wir haben einen langen Arm und finden Sie überall. Denken Sie dran. Gemeinsam mit 41 politischen Gefangenen kann der 27-Jährige am nächsten Tag das Gefängnis verlassen. Ein Bus bringt Sie zum Grenzübergang. Alles läuft geschäftsmäßig. Für Wolfgang Welsch erhält die DDR 90.000 DM Lösegeld. Je höher die Strafe, desto lukrativer. Mit auf der Fahrt in die Freiheit einige Ärzte. Ihr Verkaufswert je 150.000 DM. Bis die Mauer fallen wird, zahlt Westdeutschland insgesamt 3,5 Milliarden. 19.05 Uhr, Grenzübergang Herleshausen. Die DDR verabschiedet sich. Der Bus hielt auf dem ersten Parkplatz im Westen. Nacheinander stiegen wir aus. Die Häftlinge. Viele, die meisten von uns, viele Jahre in den Gefängnissen. Manche fielen auf dem Boden, küßten die Erde. Aber diese Gefühle waren alle wahr. Sie waren echt. Sie waren nicht auf Effekthascherei aus. Und wir spürten, wir haben nicht nur die Freiheit erlangt, sondern wir haben eine Welt gewechselt. Und jetzt war wieder buchstäblich alles möglich. Doch der gelernte Schauspieler kann nicht mehr in seinem Beruf arbeiten. Er ist nicht in der Lage, sich Texte zu merken. Spuren der jahrelangen Haft. Er entschließt sich zu einem Soziologiestudium in Gießen. Seine Doktorarbeit schreibt er in England. Thema, das Ministerium für Staatssicherheit. Aber es bleibt nicht bei der Theorie, welch wird Fluchthelfer. Dabei spielte die Frage der kommerziellen Fluchthilfe für mich überhaupt keine Rolle, von Anfang an nicht. Sondern ich wollte Menschen helfen, aus einer Situation, die der Meinen nicht unähnlich war, in den Westen zu bringen und darüber hinaus die DDR schädigen. Schädigen sozusagen als Vergeltung für das an mir begangene Unrecht. Mit viel Akribie findet der Student einen Weg, wie man Menschen aus der DDR herausholen kann. Über Bulgarien. Er besorgt sich einen echten BRD-Pass, versieht ihn mit dem Foto des Flüchtlings. Dann kommt das Schwierigste. Die Fälschung der Grenzkontrollstempel für die Ein- und Ausreise. Immer wieder probiert er den genauen Verlauf der Farben. Der ausgekundschaftete Weg führt von Sofia über Bukarest, Belgrad und Wien nach Frankfurt am Main. Wolfgang Weltsch fliegt nach Bulgarien, um die Pässe zu übergeben. Jedes Mal geht er das Risiko ein, Verhaftung und Auslieferung an die DDR. Der Treffpunkt mit den Flüchtlingen ist genau festgelegt. Übergeben werden Pässe, Flugtickets und Geld. 60 Personen, darunter auch Kinder, schmuggelt er auf diese Art in die Bundesrepublik. Um die Gefahr so gering wie möglich zu halten, dürfen selbst Kleinigkeiten nicht übersehen werden. Beispielsweise mussten die Etiketten der Kleider herausgeschnitten werden, dass die DDR-Herkunft nicht zu erkennen war. Und besonders achtete ich auch darauf, dass niemand Dialekt sprach. Die letzte Etappe der Flucht. Zwischen Sofia und Bukarest sind unauffällig, sämtliche DDR-Dokumente zu vernichten. Ende einer Odyssee. Doch nicht immer geht alles glatt. Einmal bringt seine Frau die Pässe nach Sofia in Begleitung ihrer Tochter. Auf ihre Rückkehr wartet Wolfgang Welch vergebens. Irgendetwas musste passiert sein. Sie war vom bulgarischen Staatssicherheitsdienst festgenommen worden. Nach einigen Tagen erfährt er, dass den beiden die Flucht in die deutsche Botschaft gelungen ist. Dort erhalten sie keine Hilfe. Vielmehr sollen sie sich den bulgarischen Behörden stellen. Das Verhältnis zu den sozialistischen Ländern darf nicht getrübt werden. Ein Kampf gegen die BRD-Bürokratie beginnt. Für 50.000 D-Mark lassen die Bulgaren schließlich seine Familie ausreisen. Die Kosten soll Wolfgang Welch aus der eigenen Tasche bezahlen. Von nun an ist der Fluchtweg aus Bulgarien abgeschnitten. Die Stasi weiß, warum so viele DDR-Bürger von dort verschwunden sind. Und sie kennen den Fluchthelfer. In der MFS-Zentrale in der Berliner Normannenstraße arbeitet Generalmajor Heinz Fiedler fieberhaft an einem Plan. Wolfgang Welch soll liquidiert werden. Deckname der eingeleiteten Operation Skorpion. Ein Mordbefehl. Von alledem ahnt Welch nichts. Er plant neue Fluchtvarianten und entdeckt den Campingwagen. Hohlräume lassen sich einbauen, in denen sich bis zu drei Personen verstecken können. Ein Ingenieur setzt die Idee um. Die Fluchtkosten bezahlen fast immer Verwandte, Freunde aus dem Westen. Die Höhe zwischen 5.000 und 20.000 D-Mark. Die Grenzkontrolle müssen Fahrer und Flüchtlinge allein durchstehen. Diese Momente scheinen endlos. Ein Geräusch, eine Bewegung aus dem Zwischenraum und alles wäre aus. Wenn Personen besonders aufgeregt, nervös waren bei der Grenzpassage, wurde das registriert. Es gab Grenzposten, die außerordentlich geschult waren, psychologisch und den Grenzverkehr, die Personen fixierten. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite, wenn ein dringender Verdacht, es musste ein dringender Verdacht bestehen, laut Transitsabkommen, stand, gab es vor der Grenzzugangsstelle ein Garagenkomplex, wo diese Fahrzeuge, in der Regel PKWs, reingewunken wurden und dann kontrolliert wurden. Ich weiß auch von einer Schießerei in Marienburg oder vor Marienburg in 70er Jahren. Tauerwetter zwischen Ost und West. Die DDR soll 1973 in die Vereinten Nationen aufgenommen werden. Für Regimegegner unfassbar. Wolfgang Welsch versucht es zu verhindern. Er schreibt ein Memorandum. Darin zählt er zahlreiche Menschenrechtsverletzungen auf und appelliert an die UNO, stimmen sie gegen die Aufnahme der Deutschen Demokratischen Republik in die Weltorganisation. Sein Ruf verhallt. Gemeinsam werden die beiden deutschen Staaten UN-Mitglieder. Für die Stasi gilt Welsch nun als äußerst gefährlicher Staatsfeind. Operationsskorpion wird immer dringlicher. Wolfgang Welsch arbeitet inzwischen als Journalist. Er ist auf dem Weg in seiner Redaktion. Ein interessanter Auftrag wartet auf ihn. Was er nicht ahnt, unter dem Armaturenbrett wurde eine kleine Ladung Plastik-Sprengstoff angebracht. Ein spezieller Zünder soll eine Explosion auslösen. Eingestellt auf 140 kmh. Mit Splitterverletzungen im Gesicht einer offenen Wunde an der Schulter, Rauchvergiftung und Schock überlebt Wolfgang Welsch. Scheinbare Ursache des Unfalls. Ein Kabelbrand. Dahinter steckt Alfons, inoffizieller Mitarbeiter der Stasi, ein bewährter Auslandsagent. Sein Klarname, Peter Haag. Kennengelernt habe ich Haag in Griechenland. Ich sollte sagen, dort wurde er an mich herangespielt von MFS. Verdacht hatte ich keinen. Es gab dazu auch keinen Anlass. Das war genau die Planung des MFS. Man wusste, ich war im Urlaub oder Mann ist im Urlaub relaxed, entspannt. Also trat Haag an mich heran. Und es entspannt sich eine Freundschaft. In Berlin sorgt der missglückte Anschlag für Aufregung. Das folgende Gespräch zwischen Generalmajor Fiedler und Erich Mielke ist aktenkundig. Genosse Minister, ich benötige Ihre Zustimmung zu einer tschechistischen Operation im imperialistischen Ausland. Es geht um diesen kriminellen Menschenhändler Welsch. Keine Faxe mehr, weg damit. Dieser Verbrecher hat uns lange genug geschadet. Der ist ein Staatsfeind und damit halten wir uns nicht länger auf. Zu Befehl, Genosse Minister. Die Sache wird erledigt. Der zweite Mordanschlag soll in England ausgeführt werden. Den Auftrag hat ein Scharfschütze übernommen. Peter Haag hat das Auto besorgt und den Freund zu der Fahrt überredet. Er sitzt als Beifahrer neben dem Opfer. Um dem Mörder ein sicheres Zielen zu ermöglichen, soll Haag an einer verabredeten Stelle für eine ruhige Fahrt sorgen. Du fährst jetzt besser langsamer. Im Großraum London lautet die neben dem Wohlstand der Polizeikontrolle. Okay. Weißt du, wo mein Tabak ist? Ja, hier im Handschuhfach. Ah, und meine Pfeife? Ah, hier unten. Was war das? Nicht ein Stein! Nein, jemand hat auf uns geschossen. Quatsch! Warum? Wer soll auf uns schießen? Wir sind verrückter. Was soll's? Wir schlagen die Scheibe raus, tauschen das Auto und fahren weiter. Peter? Wolfgang Welch hält die Situation im Foto fest für die Versicherung. Verdacht schöpft er nicht. Der Minister hat den Fehlschlag als riesengroße Sauerei bezeichnet. Nochmal darf das nicht passieren. Bis der nächste Mordanschlag möglich ist, vergeht ein Jahr. Tatort diesmal Israel. Die Familie macht dort Urlaub, aber nicht allein. mit von der Partie Peter Haag und seine Freundin Susan, eine amerikanische Jüdin. In Wirklichkeit ist auch sie eine Spezialagentin des MFS. Zu zweit sollen sie den Auftrag durchführen. Diesmal mit Gift. Haag mischt Talium in Buletten. Es wird gegen Ratten verwendet nach langem, qualvollem Tod, lassen sich nur sehr schwer Spuren nachweisen. Die beiden haben sich angeboten zu kochen und die Welchs sollen sich beim Baden amüsieren. Hey, kommt genau richtig. Das Essen ist gerade fertig. Die Dinger sind wirklich ganz lecker. Ich kann nicht widerstehen, ich habe mit meinem Braten schon den ganzen Bauch vollgeschlagen. Guten Appetit. Das Pärchen nimmt in Kauf, dass die ganze Familie vergiftet wird. Bei der großen Hitze haben Frau und Tochter allerdings kaum Appetit. Das ist ihre Rettung. Der Einzige, der richtig zuschlägt, ist Wolfgang Weltsch. Im Namen des Ministers gratuliere ich dir zum erfolgreichen Abschluss der Operation, Skorpion. Deinen persönlichen Einsatz an der unsichtbaren Front würdigt er mit dieser Medaille. Intensivstation im Krankenhaus Mannheim. Wolfgang Weltsch kämpft mit dem Tod. Im letzten Moment konnte er nach Deutschland ausgeflogen werden. Zunächst Armen und Beinen beginnend, war sehr schnell auch die Lunge, die Atmungsorgane befallen. Das heißt, ich konnte nur noch schnappatmen. Und das hat mich nicht nur behindert, sondern das hat mich ja auch geängstigt. Was ist los? Ich konnte mich nicht bewegen. Ich war de facto gelähmt. Wir hatten gleich auch während der ersten Untersuchungen Blut weggeschickt mit der Frage, ob eine Vergiftung vorliegen könnte. Und das dauerte einige Zeit, bis wir das Ergebnis bekamen. Die Taliumdosis, von der man ausgehen kann, dass sie tödlich wirken kann, liegt beim Blutspiegel bei 0,2. Bei ihm lag er aber über 2. Also die 10-fache Dosisgift. Vier Wochen ringt Wolfgang Welch ums Überleben. Als es ihm besser geht, geht seine erste Sorge dem Freund. Er glaubt, auch Peter Haag sei vergiftet worden, hält ihn für tot. Fiedler? Was? Das kann doch nicht wahr sein. Einen neuen Mordanschlag wird es nicht geben. In der Nacht vom 9. zum 10. November 1989 fällt die Mauer. Jetzt, nachdem die Mauer gefallen war, stellte ich Strafanzeige mit Strafantrag gegen Mielke, Haag und Genossen. Doch die Justiz war in einer Strafanzeige, einer Strafverfolgung überhaupt nicht interessiert. Dass die Stasi auch gemordet haben soll, will kaum einer glauben. Erst nach intensiven Recherchen des Stern kümmert sich die zentrale Ermittlungsstelle für DDR-Regierungs- und Vereinigungskriminalität um den Fall. Sie sehen, dass er sich in der Stasi-Akte nimmt Wolfgang Welch Einsicht in seine Stasi-Akte. Über 40 umfangreiche Ordner. Dabei auch die Operation Skorpion, sein Todesurteil. Geschehnisse sieht er plötzlich in einem ganz anderen Licht. Am dritten Tag stutzt er. Auf einem Deckblatt der Name seiner Frau. Die Handschrift ist eindeutig. Meine eigene Frau hat mich verraten. Alles, was ich las, die Zeilen von ihr handschriftlich verfasst, bis hin zu einer Zeichnung. In dieser Zeichnung wurde ein Stuhl dargestellt mit der Bezeichnung Stuhl Welsch. Es war der Stuhl, auf dem ich immer saß. Der Stuhl stand an einem Fenster. Es war also ganz klar ersichtlich, es war eine begünstigende Handlung von ihr, einem möglichen Attentäter oder Attentat des MfS Vorschub zu leisten, indem man bezeichnete, wo ich sitze. Es war einfach unfassbar. Ich musste den Lesesaal verlassen, bin raus in das Bad, in die Toilette, hab mich übergeben. Ich konnte nicht mehr. Zu dieser Zeit sitzt der oberste Chef der Staatssicherheit, Erich Mielke, bereits hinter Gittern. 1993 wird der Drahtzieher der Mordanschläge Generalmajor Dr. Heinz Fiedler verhaftet. Er erhängt sich in seiner Zelle. Spezialagentin Susan gelingt es unterzutauchen. Im Spätsommer 2001 gibt es noch immer keine Spur. Dem ehemaligen Freund Peter Haag wird der Prozess gemacht. Er legt ein Geständnis ab. Ich hatte den Auftrag gehabt, dem Herr Welsch ein Mittel beizubringen. Das würde ziemlich unauffällig gehen und ich müsste so lange mit den Leuten zusammenbleiben, bis ich Symptome merke und sollte mich dann von denen absetzen. Für sein Eingeständnis erhält er statt der beantragten lebenslänglichen Freiheitsstrafe 6,5 Jahre Gefängnis. Und dann geschieht im Gerichtssaal etwas, was keiner erwartet hat. In einer Verhandlungspause trat Haag auf mich zu. Niemand war anwesend, ein Richter, seine zwei Bewacher und ich. Und er fragte, ob er mich sprechen kann. Ich habe ihn 13 Jahre nicht gesehen. Meine Gefühle, kann man sich vorstellen, waren sehr gemischt. Er trat auf mich zu und sagte, er bereut, was er getan hat. Es hat ihn tief bewegt, welchen Schmerz er mir zugefügt hat. Und blitzartig ging mir durch den Kopf, genau das war es doch, die Kombination aus Scham und Reue, Einsicht in das Unrecht. Genau das ist es, was einem Opfer auch möglich macht, zu vergeben. Und ich habe ihm, Peter Haag, als Mensch, als Täter, vergeben. Das trifft allerdings nicht auf das Ministerium für Staatssicherheit zu. Wolfgang Welch scheint der Einzige zu sein, der die Mordanschläge der Stasi überlebte. Er hat ein Buch darüber geschrieben. Musik 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 Schenaya Twain Der kanadische Wirbelwind geht auf Deutschland-Tournee. Die Up-Tour 2004. Wir verkürzen die Wartezeit und zeigen den Hit-Mix ihrer Erfolgsalben schon jetzt. Das Konzert aus Chicago. Schenaya Twain am Samstag um 0.55 Uhr. Kutchei. Musik Musik Sie waren in meiner Wohnung? Ja. Während meiner Abwesenheit? Nein, Sie haben geschlafen. Besondere Fälle? Ohne. Ja? Erfordern besondere Methoden. Sind Sie wahnsinnig geworden? Der Tatort sagt nichts. Sonntag, 20.15 Uhr. Musik Er will es noch einmal wissen. Bei seinem 20. Kampf um den Titel. Vielleicht ist es schon die letzte große Pflichtverteidigung. Wird er wieder alles geben. Auf den Körper, mitten hinein. Sein Gegner ist Robin Reed. Am Samstag um 22.10 Uhr beim Boxen im Ersten. Musik Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit dem Nachtmagazin. Musik Es geht um ziemlich viel. Um nahezu alle Reformgesetze der Bundesregierung. Allen voran das Vorziehen der Steuerreform und um sehr viel Geld. Eigentlich sollte der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat heute zu einem Ergebnis kommen. Doch die Verhandlungen ziehen sich weiter hin. Ich begrüße Sie zum Nachtmagazin.